hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von polybridge 2 mit mir die mian in der letzten folge habe ich hier grenzwertig gemacht und jetzt kollisionswarnung sieben straßen man so dass sie ein bisschen runter so 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 klappt das denn jetzt zusammen so so wieso kann ich das denn nur so hart bewegen ein kasten nach und nicht drei so 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 Ernsthaft? Jetzt fliegt er zu weit? Hä? Das geht, aber wenn ich die Straße hier weg mache, geht es plötzlich nicht mehr, oder wie? So, fertig. Schräge Zubeucke. Also... Erst fährt er drüber, A fährt zu A1, sammelt er ein und dann fährt er zu A. Dann kommt die Hydraulik, dann kommt C1 und C2, fahren dann durch. Ja, das funktioniert ja schon nicht. Sammelt er das denn so ein oder nicht? Das konnte Sie nicht senken. Man sagt ihm, das kann er selbst gut sein sehen. Das hier geht und dann gehts nicht. Vielen Dank. So. ... ... ... ... Sphärs so bing warum ist denn hier so ein punkt bing 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 So, jetzt muss ich hier noch irgendwie so ein Ding hinbauen. Gut. Pfeiltür. Oh nein. Oh nein. Schon wieder ohne Hydraulik ist kacke. Habe ich das letzte Mal überhaupt geschafft? Ich glaube nicht. Oh nein. 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 Das war's für heute. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich habe keinen plan ich habe gedacht vielleicht mit seiner schnauze zwängt er sich unten durch aber wenn das auto kommt dann kommt er gar nicht hoch ich wollte die straße aussehen keine doofe feder ich habe keinen plan würde sagen vielen dank fürs zusehen das zum nächsten mal da 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 da